Moin, liebe Topper mir und liebe Simmer Singer Fans da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sprechen über das Halbfinale von Simmer Singer, der 10. Jubiläumsstaffel. Ja, es war das Halbfinale, 4 Masken sind aufgetreten plus Mysterium. Darüber sprechen wir, wir sprechen hier, für wen haben wir abgestimmt, was waren unsere Lieblingsauftritte. Ich muss zugeben, ich muss mich tatsächlich zwischen 3 Auftritten entscheiden. Welcher mir am besten gefallen hat, weil ich will nicht alle 3 nennen. Ich werde die anderen beiden natürlich auch mit erwähnen, aber ich kann euch sagen, ich weiß es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich werde es wirklich ganz spontan entscheiden. Ich entschuldige mich hier auch schon mal vorab für den Greenscreen. Der macht jetzt hier gerade irgendwelche Faxen, weswegen ist vielleicht mal so was, wie hier so entstehen kann, so ganz kleine Punkte. Deswegen tut mir das jetzt hier schon mal an, in dem Sinne leid. Ja, also, wir sprechen über keine Namen, außer über die demaskierten, sprich Mysterium und die Maske, die jetzt eben im Halbfinale rausgeflogen ist. Darüber sprechen wir. Deswegen lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und schreibt zu allem eure Meinung in die Kommentare. Fangen wir mal damit an. Jan Delay war im Rateteam. War zumindest erfrischend, ja. Er hat sich schwer getan. Also, aber ich bin ehrlich. Ich finde, es liegt auch an der Konstellation des Rateteams. Palina nervt einfach nur. Die unterbricht. Andere stellt sich immer in den Vordergrund. Und da habe ich lieber Ruth, die kurz, immer ganz kurz sagt, Mensch, was für ein toller Auftritt, sagt ihren Namen, redet mit den anderen und unterbricht die nicht. Das vermisse ich so ein bisschen an dieser Staffel. So, ja. So dieses Miteinander. Rick finde ich toll. Wer immer im Rateteam noch mit dabei ist, ist immer noch eine andere Sache. Aber Palina, ja, ist anstrengend. Sehr anstrengend. Also, wir sprechen über die erste Runde. Und in der ersten Runde sind alle vier Masken gegeneinander angetreten. Also nicht zwei gegen zwei, sondern alle vier, sprich in der Reihenfolge. Und ihr seht anhand des Punktes, für wen ich auch abgestimmt habe, Elgonia gegen Flo, gegen Flipflops, gegen Krokodil. Von diesen Vieren ist tatsächlich nur eine Maske weitergekommen und damit auch ins Finale. Das war die erste Runde. So ein bisschen wie sonst es im Finale ist, wenn man so eine Runde weiterkommt. Nur war das hier jetzt schon so eine Art Cut, kann man sagen. Nun denn, also, beginnen wir mit dem ersten Auftritt. Und sprechen als erstes über Elgonia. Elgonia hat gesungen, jetzt muss ich mal gucken, wo ist das nochmal, ach da, My Immortal von Evanescence. Ich muss immer an Vampire Diaries denken, ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Wenn man so gewisse Lieder hört, gerade die in Serien irgendwie so eine große Rolle spielen, und das Lied auch da gespielt wird, musste ich auf jeden Fall daran denken. Also, ich sag mal, Elgonia steht nur rum. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit dieser Maske habe, dass da nicht mal irgendwie ein bisschen Bewegung ist. Es ist immer dieses, ich stehe da und ich singe. Und ich fand es auch noch, und das für so ein Lied, wo ich, ich sag mal, schon eine gewisse Präsenz auch erwarte von der Stimme her, wenn du schon so ein Lied singst, war ich dann eher enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Hat mich nicht so ganz überzeugt. Was ich lustig fande, kann ich euch mal eben hier ganz kurz erzählen. Fun Fact, ich reite jetzt hier jemanden, oder vielleicht auch insgesamt zwei, auch wegen des Rateteams mit in die Pfanne. Da war ja diese, diese, sag ich mal, diese Gleichung. Vier hoch zwei plus zwei mal drei minus zwei. Ich bin jetzt ehrlich, also, oder ich frage euch mal ehrlich. Habt ihr denn auch die richtige Lösung daraus gehabt mit 20? Ich denke jetzt mal schon. Ich kann euch sagen, ich sofort so im Kopf 20. So, hat zwei, drei Sekunden gedauert, dann hatte ich das, sag ich jetzt mal. Kann man ja gut überblicken. Punkt, beziehungsweise erst Potenz, dann Punkt vor Strich. Und dann von links nach rechts, so. Wer, wer, wer Mathe, sag ich mal, kann und auch rechnen kann, weiß, dass das das ist. Wenn mir aber jemand weiß machen will, dass man bei vier hoch zwei, vier mal zwei rechnet, schüttel ich mit dem Kopf. Ja. Liebe Grüße geht raus an meine Familie. Die, die meinte, man rechnet da vier mal zwei. Man rechnet aber vier mal vier. Und dann so, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Und ich so, doch, das ist richtig, was ich dir sage. Äh, ja. Das, das hatte eine gewisse Komik zumindest. Aber, ja. So viel auf jeden Fall, ähm, dazu. Dann, machen wir weiter mit Auftritt Nummer zwei. Und, äh, sprechen als nächstes über Flo. Flo hat gesungen Walking on Sunshine von Katrina and the Waves. Und, äh, Italiano von Toto Cutugno. Cutugno. Ähm, cooles Remix oder cooles Madly. Fand ich insgesamt sehr, sehr cool. Klar, das italienische Lied kam vielleicht ein bisschen kurz. Hätte ich gerne mehr gehört. Fand aber diese Performance, diese Inszenierung cool, erfrischend, lebensfroh. Ähm, gerade auch Walking on Sunshine. Also, boah, wie lange ist es her, dass ich dieses Lied gehört habe. Man kennt das Lied. Ich finde aber, das ist schon ultra lang her. Für mich zumindest, ähm, dass ich, ja, dass ich dieses Lied gehört habe. Cool gemacht, toll gemacht. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann kommen wir zum dritten Auftritt und sprechen da über, ich muss jetzt mal gucken, wo die beiden stehen. Denn wir sprechen über Flip und Flop oder die Flip Flops. Ähm, die haben gesungen Billie Jean von Michael Jackson. Und das kann ich jetzt hier schon mal so sagen. Ich hätte hier gerade schon einen Knopf drücken können. Irgendwie sagt mir mein Gefühl gerade nein. Ähm, gehört aber mit zu meinen Top 3 von den Lieblingsauftritten. Billie Jean, Michael Jackson haben die beiden performt. Geil. Am Anfang erstmal so dieser Moonwalk. Ähm, da hätte, ich sag mal, da denkt man vielleicht an gewisse Promis, die auch sowas können. Tänzerisch. Ähm, sei es ein Profitänzer oder vielleicht auch eben Sänger. Die auch gefallen sind, aber ich musste da irgendwie eher lachen. Komme ich, komme ich gleich auch nochmal nur kurz zu. Ähm, denn, wenn ich so höre, Nico Santos und Alvaro Soyer. Da schüttle ich mit dem Kopf und denkst du, der heißt Solea und nicht Soyer. Guckt euch das nochmal an. Also da habe ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, auf jeden Fall insgesamt tolle Inszenierung. Cool gemacht die beiden. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Mag das Lied. Ist ein tolles Lied von Michael Jackson. Ich mag jetzt nicht jedes Lied von Michael Jackson, aber das gehört, ist eigentlich, finde ich sogar, mein Lieblingslied von dem King of Pop. Und dann sprechen wir zu guter Letzt noch in dieser Runde. Ähm, da. Und das war vom Krokodil. Krokodil hat gesungen Final Countdown von Europe. Auch ein Klassiker. Auch ein Klassiker. Und auch hier tatsächlich drücke ich jetzt nicht. Das gehört auch mit zu meinen Top 3 Auftritten. Ähm, irgendwie sagt mir man auch gerade mein Gefühl, ne, da drückst du dich. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt schon für mich, wann ich drücke. Diese Inszenierung so als, ähm, Dirigent und so dieses Klassik meets Rock, so könnte man sagen. Also, haltet mich für verrückt. Also, ich freue mich jetzt schon auf eure Reaktion bei dem Indizienvideo, was ja vor euch kommt. Da schon mal kurz als Hinweis, das hätte ich auch am Anfang nochmal sagen können, äh, oder schon sagen können. Mein Indizienvideo kommt nicht jetzt am Mittwoch. Das kommt nächste Woche Mittwoch, weil ja nächste Woche der ESC stattfindet. Demzufolge nicht diese Woche Mittwoch, darauf die Woche Mittwoch kommen meine Theorien. Meine letzten Theorien. Ähm. Auch wenn ich weiß, dass es vielleicht jemand gewisses nicht ist, muss ich ihn aber mit einbringen. Weil da so viel passt. Ähm, aber dazu dann im nächsten Video, dann ein Theorienvideo von mir, dann mehr. Aber ich fand's toll, wie Krokodil im Final Countdown gesungen hat. Insgesamt diese ganze Inszenierung, diese Aufmachung. Top. Wirklich top. Ja. Und, äh, das war die erste Runde. Nur einer dieser vier Masken ist direkt ins Finale gekommen. Und das ist tatsächlich Flipflop. Die sind direkt weiter gekommen. Ähm. Habe ich irgendwie mit gerechtet sogar, so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Von daher, ich bin gespannt, was wir von denen im Finale erwarten können. Demzufolge, dreikampf zwischen Elgonia, Krokodil und Flo. Das heißt, die drei sind jetzt nochmal angetreten. Ihr seht wieder, für wen ich auch gestimmt habe in dieser Runde. Und in dieser Runde hieß es Herzenssong. Nicht Lieblingssong, Herzenssongs. Das heißt, jeder von den dreien hat so einen Herzenssong aus dem Herzen eben gesungen, was den vielleicht auch eben viel bedeutet. Vielleicht aufgrund der Kindheit oder was weiß ich warum. Ähm. Fand ich auf jeden Fall interessant zu dieser Runde. Demzufolge fangen wir wieder an mit Elgonia. Elgonia hat in dieser Runde gesungen. Ähm. Da muss ich hier noch eine Seite weitergehen. Äh. Da. Ähm. I Look To You von Whitney Houston. Mir war das heute insgesamt zu eintönig bei Elgonia. Also wenn ich mich entscheiden müsste, welchen der beiden Auftritte ich besser fand, würde ich schon sagen I Look To You. Weil my, also my Immortal, also da war ich sehr, sehr unzufrieden. Weil du gerade bei Evanescence so eine gewisse Kraft und ich sag mal so eine gewisse Stimmfarbe haben musst, auch um diese Lieder zu singen. Da war ich eher enttäuscht. Hier hat es wieder eher gepasst. Hat mich jetzt trotzdem aber nicht so 100% umgehauen. Aber ähm. Ich war zumindest irritiert aufgrund des Fußballs. Mit dem Indiz kann ich nur schon mal hier kurz vorab sagen. Ich hatte keine Ahnung, was das irgendwie jetzt bedeuten soll. Aber jedenfalls ja. War das so von der Aufmachung her und allem okay. Wie gesagt, hat mich jetzt nicht, aber insgesamt 100% umgehauen. Kommen wir demzufolge jetzt als nächstes dann zum Herzenssong von Krokodil. Krokodil hat gesungen Killer Queen von Queen. Ich dachte erst Bohemian Rhapsody, weil dieses Lied ja auch im Hintergrund lief während des Einspielers. Keine Ahnung, was dieses Indiz bedeuten soll. Was ich da gesehen habe. Ähm. Ja. Wie gesagt, ich habe da einen Namen und den werde ich euch vielleicht eventuell dann ja präsentieren. Ähm. Im Theorien Video. Ich weiß, dass es irgendwie nicht hinkommt und trotzdem bin ich bei diesem Namen. Manchmal hat man ja einfach so ein Gefühl und dann hat man ja eben so ein Gefühl und man glaubt dann eben daran. Aber ich fand es okay. Wenn ich euch die beiden Auftritte hier vergleiche, sage ich, fand ich Final Countdown von Krokodil war besser gesungen als Killer Queen. Meine Meinung. Und dann kommen wir zu guter Letzt von den Herzenssongs zum Flo. Und da kann ich sagen, das war mein Lieblings. Mein Lieblings-Performance-Song an diesem Abend. Nämlich Reality von Richard Sanderson. Sweet am I reality. Wunderschöne Ballade. Schön gesungen. Und das kam wirklich von Herzen. Ich finde, das hat man bei Flo so gespürt. Wirklich so gespürt. Ähm. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wie Flo das gesungen hat. Von der Art her. Von dieser ruhigen Art. Wir haben Flo, finde ich, immer eher in so einer Performance gesehen. Ich sag nur, erste Show mit Showbusiness. Das erste No-Business-like-Showbusiness. Oder jetzt eben ja auch jetzt hier mit Walking on the Sunshine ja gestern. Ich muss sagen, dass aber diese Performance ich von Flo mit am besten fand in dieser Staffel. Von Flo jetzt erstmal ausgesehen. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überzeugt. Ja. Alle haben gesungen. Und jetzt kommen wir natürlich, bevor wir gleich zu Demaskierung kommen und wer von den drei rausgeflogen ist. Denn ihr habt ja schon gesehen, für wen ich gestimmt habe. Kommen wir zum Mysterium. Ja, Mysterium ist erst danach aufgetreten. Es gab aber Hinweise. So. Also, fang ich mal so an. Ich hatte einige Ideen im Kopf. So. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber zum Beispiel letzte Woche, als ja Vanessa Mai gesungen hat, war ich mir nach dem letzten Indiz mit Keine Wolke, war ich mir sicher, wer das war. Mit Vanessa Mai. So. Beim Mysterium jetzt. Eine Tastatur war zu sehen. Und das Escape war weg. Abgekürzt ESC. Habe ich so gedacht, okay. Eine Hinführung deswegen dahin, weil ja nächste Woche der ESC ist, weswegen ja auch die Show ausfällt. So. Ich blende jetzt noch nicht meine finalen Tipps ein, sondern erstmal meine Gedanken. Da habe ich erstmal gedacht, okay, jemand mit ESC. Ich glaube, da wird nicht einer sein, der für den ESC mal aufgetreten ist und der auch schon bei Simmer Singer war. Wie Gilde Horn. Wie Max Mutzke. Mein Gedanke zu diesem Zeitpunkt war nur nach dem ersten Tipp. Hm. Vielleicht ja Michael Schulte. War mein erster Gedanke. So. Dann Flower. Erstmal mit AU geschrieben. Englisch kann also Englisch gut. Hat berichtet. Und dann war ich so international unterwegs und dachte so, vielleicht ja Ronan Keating oder Johnny Logan. Dann war aber dieser letzte Tipp, Tea Time. Wo man ja natürlich an England denkt, wenn jemand so Tea trinkt. Ähm, Tea trinkt. Ähm. Habe ich so gedacht, okay, könnte immer noch Ronan Keating irgendwie so sein. Habe auch als Frau schon mal gedacht, eventuell, eventuell Joy Fleming. Oder mein finaler Tipp, Irene Scheer. Mysterium hat dann gesungen. Und zwar, oh, ein sehr, sehr emotionales Lied. Ähm. Moon River von Carla Bruni. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch das Original ist oder wer das Original singt. Moon River. Sehr, sehr emotionales Lied. Also, ähm, oh, hm. Schwierig, finde ich, auch zu hören, dieses Lied. Gerade, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wenn man manchmal so gewisse Lieder hört, dann nimmt das ein mit. Wenn du damit irgendwie ein Ereignis, irgendwas Persönliches mitbeziehst. Also deswegen, ähm, ist, ist immer schwierig, finde ich, so bestimmte Lieder zu hören. Moon River gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Bei mir sind es andere Lieder, die da mehr triggern. Ähm. Ähm, aber zumindest, da kann ich sagen, verbinde ich auch etwas mit diesem Song. Ja, und es war dann Irene Scheer. Also, ich sag mal so, die Instinkte in den letzten Malen, da lag ich eigentlich echt immer gut mit. Also, ähm, Giovanni hab ich nach den Indizien schon erkannt. Ähm, bei Stefanie Heinzmann erst nach dem dritten Tipp. Mit eben dem Album und so. Ähm, aber Vanessa Mai, Giovanni und jetzt eben Irene Scheer schon so nach den Indizien schon, dass ich diese Namen hatte und dann nur noch durchstreichen musste und schön schreiben musste. Und ich dachte, okay, das ist die Person, cool. Und ich dachte, okay, das ist die Person, cool. Auf jeden Fall, tolle Frau. Also wirklich, hat mich sehr, sehr gefreut. 75 ist die Frau. Ähm, und die war da mit dabei. Ähm, und hat jetzt bei Simmer Singer gesungen. Wirklich, wirklich toll. Fande ich wirklich schön, die da singen zu hören. Ähm, ein sehr emotionales Lied hat sie gesungen. Deswegen also, wow. Danke auf jeden Fall dafür, Irene Scheer, für einen tollen Moment, wo man sich einfach mal kurz zurücklegen konnte und es genießen konnte. Ja, und dann kommen wir jetzt natürlich zur Demaskierung. Dann standen da eben zum Schluss von links nach rechts, aber ich bin dann hier jetzt hier nichts mehr ein. Elgonia, Krokodil und Floh. Und, ähm, dann eben die Entscheidung. Wer kommt noch mit ins Finale? Als erstes weitergekommen ist Krokodil. Und als zweites weitergekommen ist Floh. Und demzufolge belegt Platz 4, Elgonia. Ich hab mich sehr für Floh gefreut. Floh hat sich auch sehr, sehr gefreut. Das hat man, glaube ich, nicht minimal gehört. Ja, also ich, ich sag so wie es ist. Ja, ähm, natürlich liest man so immer Namen im Internet. Mensch, wer ist das jetzt mit Elgonia? Und irgendwie schon nach Show 1 oder 2 haben sich ja alle festgelegt, wer es ist. Und es war am Ende dann auch eben Nadja Benaissa. Ich sag so wie es ist. Ich bin kein No Angels Fan. Ich habe, ich kenne nur hier, wie heißt das nochmal? Ähm, Daylight. Genau, Daylight. Ich musste gerade nochmal überlegen, wie ist nochmal dieses ganz berühmte Lied, womit die bekannt geworden sind. Äh, Daylight ja in your eyes. Ich kenne nur von den 4-5en tatsächlich nur eine am meisten und das ist Sandy. Ähm, auch durch andere Formate, wo sie mitgemacht hat. Die Lucy habe ich nur mitbekommen, die war jetzt irgendwie auch im Dschungel. Jetzt Nadja Benaissa, also überlegt mal, 3 von 5 waren da. Ähm, in Staffel 1, in Staffel 5 und jetzt in Staffel 10. Ähm, rechnen wir mal aus. Also rechnen wir mal so mit in 2 Jahren. 1,5-2 Jahren ist dann, äh, die 4. von den No Angels da. Ähm, Vanessa oder wer findet sonst noch, äh, Jessica? Eine von den beiden bestimmt noch. Ähm, ne, aber Spaß beiseite. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann Bilder auf Instagram gesehen von ihr. Ähm, ich sag mal, natürlich habe ich auch eben so geguckt und gehört, kann sie das für mich sein? Für mich war sie es nicht. Ich sag mal, aber wir haben sie gemeinsam erraten. Von daher ist das, sag ich mal, ein Gewinn für uns alle ja in dem Sinne als Community. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich finde sie in Realität. So wie ich sie da im Fernsehen gesehen habe. Deutlich hübscher, als wenn ich die Bilder auf Instagram sehe. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir da irgendwie was einbilde oder so, aber ich sag mal, Bilder sind ja auch manchmal so ein bisschen, ja, natürlich eben bearbeitet. Ein bisschen Helligkeit, äh, Filter drauf. Ähm, je nachdem, wie man eben die Bilder will. Und da kann ich sagen, ich fand sie wirklich hübsch. Ich fand sie auch sehr, sehr lustig, ähm, wie sie so gesagt hat, dann mit dem Indiz mit den Würstchen irgendwie. Nee, Frankfurter, Frankfurter Würstchen sind kleiner, roter, dicker und irgendwas hat sie noch gesagt. Also, da musste ich wirklich schwunzeln. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Ich bin ehrlich, ich hab mir auch die Lieder angehört. Ich hab sie jetzt für mich nicht rausgehört. Aber ich find's auch interessant, wie sie noch mal gesagt hat, ich hab wirklich versucht, meine Stimme zu verstellen. Und trotzdem fiel ihr Name irgendwie ja schon in der ersten Show. Und, oder eben nach der ersten Show. Deswegen, ähm, ich finde das irgendwie schon interessant oder auch unheimlich, wie, wie schnell natürlich manche schon bei gewissen Namen manchmal sind. Aber sie wurde schon, natürlich schon vor Wochen gefühlt, ja, natürlich von vielen enttarnt. Und jetzt halt eben, ähm, wurde sie demaskiert. Ist natürlich aber trotzdem im Finale mit dabei. Ich bin ja auf die, äh, Performance ja auch gespannt von allen Masken, wenn sie noch mal gemeinsam singen. Jedenfalls, ja. Nadja Benaissa belegt damit Platz 4. Ich fand auch noch mal interessant oder lustig, ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt, dieser Aftershow, da, da war eine kurze Reportage, will ich nur mal kurz drauf eingehen, was ich sehr, sehr lustig fand. Der Moderator von The Masked Singer Korea, woher ja, das kommt also aus Korea ja, die Show. Dieser Moderator moderiert jetzt ja schon die Show 10 Jahre lang. Der hat so mit diesem Macher oder mit der, der diese Idee hatte, schon mal eine Show davor zusammengearbeitet, was sich so mit DSDS ähnelt. Dann gibt's The Masked Singer, jetzt ja schon 10 Jahre. Und jetzt in diesem Jahr wurde ihm eine Karte gegeben, eine Moderationskarte, mit einem falschen Profil von einer Maske, von einer Person. Er fasst auch so diese Person an und spricht so und denkt so, ah, ja, 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 das ist die und die Person. Ah, ja, 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 da kommen die so in dem Sinne nie im Leben drauf. Und dabei war da sein Sohn drunter. Fande ich mega lustig. Sowas ähnliches war ja jetzt ja auch in den USA. Das hab ich auch mitbekommen mit Kevin Hart, der ja als das Buch demaskiert wurde und der Moderator so gesagt hat, sag mal, verstehst du die Show nicht? Doch, aber ich hab dich jetzt verarscht so in dem Sinne. Das war so voll konfus und irgendwie lustig. Dabei, glaub ich, wär ja gar nicht geflogen. Aber das hatte schon eine gewisse Komik. Ja, und zu den schwersten Masken gehört einmal so, ich weiß gar nicht, was das war, da waren so zwei Frauen unter so einer Maske, Lulatsch und Cyclops Proche Garcia, eben auch bekannt als Hurley Reyes, Hugo Reyes aus Lost. Nochmal eine Lost-Anspielung in dieser Folge. Das freut mich sehr. Von daher, meine Lieben, ja, das war's hier mit dieser Folge, mit diesem Video. Zusammensinger zum Halbfinale. Ich hoffe, euch hat's natürlich gefallen. Wenn ihm so ist, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, Glockaktiviert nicht vergessen. Wir sehen uns nicht jetzt Mittwoch, wir sehen uns in einer Woche am Mittwoch dann wieder zu meinen finalen Theorien, meinen finalen Namen, was ich glaube, wer gewinnt. All das dann im nächsten Video. Nebenzufolge in Spice-Wochen sehen wir uns dann hier zu dieser Zeit wieder und sprechen dann darüber eben, und wer hat gewonnen, wer belegt Platz 1, 2, 3 am Ende. Von daher, ja, das alles dann in Wälde. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, euch noch einen schönen Tag und mir wird nur noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie und TheMarsinger-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und Tschüss.